Guten Tag. Muley, weißt du, wer das sind? Sind das Friedrich Engels und Karl Marx? Ja, richtig. Das sind Karl Marx und Friedrich Engels, die Gründer der Kommunistischen Partei in Deutschland. Das Monument ist erstellt bei Mitgliedern der DDR in 1986. Und das ist ein echtes DDR-Relikt und das war versetzt in 1968. War das Plasmus machen für eine Baustelle.